Gewisse Geschichten halten sich hartnäckig. Die Behauptung zum Beispiel, dass Ärztinnen 4000 Franken von den Versicherungen bekommen würden, wenn die Todesursache eines Patienten Covid-19 sei. Seit Wochen schon macht diese Nachricht auf Social Media und in WhatsApp-Gruppen die Runde und wurde sogar im Obwaldener Kantonsrat zum Thema. Doch was ist dran am makaberen Gerücht einer Covid-Prämie? Zeit für unsere Rubrik Fake Check, in der wir Aussagen aus viralen Videos auf den Grund gehen. Christina Brun und Christoph Schneider. Our doctors get more money if somebody dies from Covid. You know that, right? Ob in den USA, in Deutschland oder in Österreich. Die Behauptung, dass Ärzte und Spitäler eine Prämie bekommen, wie jemand an Corona stirbt, geht viral. Auch in der Schweiz. Vielleicht hat auch schon dir diese Sprachnachricht gehört. Spitäler kommen von den Versicherungen für die ganzen Umtreibungszeuge, sage ich 4'000 Franken mehr über, wenn es diese Leute als Covid-Tote abstempelt. Darum stellt sich die Frage, ist etwas dran an dieser Behauptung? Und wer verbreitet so etwas? Der Vorwurf ist heftig. Spitäler und Ärzte bekommen von der Krankenkasse eine Prämie von 4'000 Franken, weil jemand an Corona stirbt. Laut der WhatsApp-Sprachnachricht tun Spitäler die Todesfälle absichtlich als Corona-Tote deklarieren, um so von der Krankenkasse diese Prämie zu kassieren. Das Gerücht, dass es Prämie für Corona-Tote gibt, stimmt überhaupt nicht. Das ist absoluter Humbug. Ich bin Verena Nold, Direktorin vom Krankenversicherungsverband St. de Suisse. Die Krankenversicherer zahlen Geld für die Behandlung des Patienten. Und dazu gehört die Betreuung des Pflegepersonals, der Ärzte, der Medikament. Bei Corona-Patienten gehört dazu auch, wenn es notwendig ist, die Kosten für künstliche Beatmung. Also alle Geräte und Personalkosten werden der Krankenkasse in Rechnung gestellt. Die Krankenversicherer zahlen Geld für die Behandlung von Patienten, sie zahlen aber kein Geld für die Tote. Das Ganze ist auch ein offenbares Gerücht. Trotzdem hat es die Todesprämie-Nachricht bis in den Kantonsrat von Obwalden geschafft, wo der Gesundheitsdirektorin klargestellt hat, dass die Behauptung völlig daneben ist und sicher nicht stimmt. Eine Frage bleibt aber noch offen. Unsere Recherchen zeigen, dass es immer die gleiche WhatsApp-Nachricht ist, die verschickt wird. Auch auf Corona-kritischen Seiten wird diese Nachricht immer wieder gedeilt. In Sprachnachricht im Bündner-Dialekt wird am Rand noch die junge SVP erwähnt. Meine Tochter hat mit einem geredet. Der steht in der jungen SVP oder irgendwo drin. Und der hat drei, vier, drei, vier, drei, vier Todesfälle gehabt. Wei, 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 drei, drei, vier, drei, vier Todesfälle gehabt. Ich kann Ihnen bestätigen, dass wir von der jungen SVP nichts mit dieser Geschichte zu tun haben. Ich bin Nicolas Stocker und ich bin Präsident der jungen SVP Grabünde. Meine Abklärungen haben ergeben, dass in der jungen SVP Grabünde kein Mitglied existiert oder dabei ist, wo solche Informationen verbreitet hat. Und offenbar ist es auch bei der schweizerischen jungen SVP der Fall, dass kein Mitglied bekannt ist, der das gesagt hätte. Offenbar ist die Behauptung der Prämie für Corona-Tote vom Gratis-Nachrichtendienst Telegram aus verbreitet worden. Der Absender nennt sich WD Chur und hat 11'000 Abonnenten. WD Chur ist auf YouTube. In einem von seinen Videos zeigt er sich mit Gesicht, aber ohne Namen. Wir haben ihn anonymisiert. Es ist nicht seine Stimme, auf der Sprachnachricht zu hören ist. Er verbreitet sie aber. Wir haben seine E-Mail-Adresse herausgefunden und ihn damit konfrontiert, dass er unbeleite Behauptungen verbreitet, die nicht stimmen. In seiner ersten und einzigen Antwort macht er klar, er beantwortet keine Fragen. Trotz mehrmaliger Nachfrage kommt dann keine Reaktion mehr von ihm. Fazit, es stimmt nie, dass Ärzte und Spitäler eine Prämie für Corona-Todesfälle bekommen. Es ist aber so, dass in Zeiten wie in denen vieles unklar und unsicher ist, Menschen eher auf der Suche nach einfacher Erklärungen sind, egal ob sie stimmen oder nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017